Hallo liebe Sportfanatiker und herzlich willkommen auf unserem Kanal auf M&M Sports. Wenn euch das neue Video gefällt, lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde uns sehr freuen. Heute sprechen wir über Islam Mahatschew, der heute auf Samstag auf Sonntag kämpfen wird. Islam Mahatschew, Ranglist Nummer 9 gegen Moises, Ranglist Nummer 14. Für mich absolut unverständlich, warum Mahatschew diesen Kampf angenommen hat, da es für ihn nichts zu gewinnen gibt, er nichts davon hat. Es hätte viel mehr Sinn gemacht, wenn er einen Kämpfer bekommen hätte oder angenommen hätte mit einem Top 8. Ich denke vielleicht aus finanziellen Gründen oder dass er einfach aktiv bleibt. Auf jeden Fall macht das für mich nicht sehr viel Sinn. Ja, absolut unverständlich, wie du bereits sagtest, er hätte einen Gegner in den Top 8 nehmen müssen. Da wären unter anderem Tony Ferguson, Justin Gejci und Michael Gschender. Das hätte absolut mehr Sinn gehabt. Und Kaby Numagomedov hat ja auch gesagt, dass in der Zukunft Islam Mahatschew der nächste Leichtgewichtsschampion werden wird. Was ich unterstreichen muss, denn er hat wirklich die absoluten Qualitäten, dass er einmal Champion wird. Was man auch noch erwähnen muss, er war von Anfang an mit Kaby Numagomedov im Gym seines Vaters aktiv. Und ist bis heute dabei geblieben und ich glaube auch, dass Islam Mahatschew gegen Mäuses kurz einen Prozess machen wird. Und ich glaube auch, dass er den Kampf vorzeitig gewinnen wird durch Aufgabe. Ja, Mahatschew hat ja die gleichen Skills wie Kabyp. Daher denke ich auch, er wird den Kampf durch Aufgabe gewinnen. So, das war es mit diesem Video über Islam Mahatschew gegen Mäuses. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde uns ja freuen. Und hiermit sagt M&M Sports, ciao und bis zum nächsten Mal.